Hä? Was war das denn? Ich hab die doch getroffen, Chat, oder nicht? Ich will nur gewinnen. Junge, jetzt hab ich 5 in Folge verloren, ja. So ne Scheiße. Junge, jetzt mach auf hier, Alter. Oh, schau, was ist denn abgelehnt? Machen kann. Sorry. Oh, dass wir so ein Pike geben können. Wollen wir in Weyden? Top? Jo. Ne, ne? Vielleicht kriegen wir Valkorz oder Gin. Ey, wir haben in einer Stunde einfach 3 Games verloren. Das ist auch mal ne Quote. In 3 Minuten haben wir in einer Stunde 3 Games verloren. Check bot first, then walk in Q-Bush. Hm. Ich werd so Giga-Erko spielen, Level 1. Oh? Lauf gleich auf. So? Hast du halt getroffen? Jo. Oh, lol. Er hat gar nichts zu... Hä? Nice. Für den haben wir kein Damage, oder? Weil sie konnten aber eh... Oliver? Ah, das passt. Ne, 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 ne. Das ist zu risky. Okay. Ne, geil. Können die Wave halten. Scheiß ich nicht mehr sparen können. Lass durch pushen. Anime Jungler könnte hier unten sein. Na, ist hier so wirklich zu spielen. Regers hier. Weg, 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 weg. Oh, wie? Dings hier auch, Herr German. Kein Flash mehr, der Valkorz. Er ist geflasht. Der Gin, äh, Gin? Ja, Flash Heal. Ich hab ja mal ein Recall abgebrochen, nicht im Kopf. Valkorz, Mitte. Lass Gin dive. Schau mal, ob ich weglaufe. Ja, ah, jetzt kommt er. Nice. Ja, gut. Wolltest du jetzt mal ein Red Buff? Ich krieg Turret, wenn der nix macht. Ja, ja, wir gehen raus. Können wir hier noch cheese'n? Ja. Vel'kos hat Flash wieder. Guck mal für Vel'kos. Nice. Ich hab Ulti. Deal ist raus. Er hält keine Summoners. Der ist hier. Ohne Flash. Ich hab ihn gewählt. Nice, Shabai. Sehr, 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 sehr geil. Boah, geil gekaltet in der Mitte. Huge. Keine Summoners. Vel'kos. Das ist auch toll. Vel'kos hat keine Summoners. Ich hab Ulti in zwei Sekunden. Ich hab dir mal wischen. Haha. Null. LOL. Kommst du raus? Ja, ne? Ich mach dann mit Turret. Okay. Hä? Was war das denn? Ich hab den doch getroffen, Chat, oder nicht? Ich hab ja, ich bin ja nicht zu ihm geportet. Also, ich hab ihn anscheinend einfach gar nicht getroffen. Abgestochen! Der ist geflasht. Der wollte für dich abgestochen, ey. Der hat die Ari abgestochen. Stomatisiert. Mal gucken, den Clip. Ey, der ist ja voll drauf, die Ult. Wie kann das denn nicht treffen? Oh Mann, Alter. Das ist ein Pixel oder so, der fehlt. Oh Mann, Alter, ich bin ein Inter. Ich bin ein Interschweinkarn. Ein Fliegel. Ey, mein Red! Oh. Das heißt, ey, bitte mein Red. Ey, bitte mein Red! Was? Ich kann dir einfach Surrendern, Mann. Ich hasse solche Gelände, auch spielen zu müssen. Wir haben auch Surrendern. Ist so. Okay, Kahn, beruhig dich, der hat Familie. Ich brauche wins, Mann. Dann haben wir einen. So, davon jetzt ganz viele. Peik, peik ist es einfach. Komm, jetzt schön leckere 35 Punkte. Nee, Redside plus 17. Oh, plus rein 20. Lecker, was kriege ich? Mein Kleid hat sich aufgehört. Ja, ich kriege 21. Mann, warum kriege ich immer 2 Punkte weniger als du, du Arsch? Warum lehnst du ihn ab? Junge, was? Du hast doch gesagt, du hast den ganzen Stream, hä? Will ich, Junge? Mach doch deinen eigenen Stream. Dein Stream ist so langweilig, oder was? Nein, ich muss deine Kamera beobachten. Hey, ey, dann gehe ich weg von deinem Stream. Guck jemand anderes. Das ist ja ekelhaft. Sag mal, wenn Q-Pop ist. Q-Pop. Was ein Sprint, oder? Wir sind bold, wer stolz auf mich gewesen. Hab ich ja nicht gesehen, ich hab ja das Stream verboten. Ja, ich rede ja auch nicht mit dir, sondern mit meinem Chat. Oh, ey, okay, sorry. Mann, 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 Kahn, ey. Ey, unmöglich heute. Easy, Pike. Pike ist scheiße in Rakan. Ich gehe für die Poppy, Junge. Battle Poppy is this. Mit Hell of Blades, oder was? Hm, gucken wir mal. Kannst du den Dash von, äh, Zinzau? Bro, blocken, ja, ne? Das hat die Kamera gekostet. Kann auch noch, hab ich mir Franzi geklaut. Ich will noch was Schnauze hauen, dem Rakan. Ah, die Suche. Weißt du, an was mich das gerade erinnert? Nee. Okay, dann sag ich's auch nicht. Hast du das Gelegen, Miss Fortune zu spinnen? Das ist so ätzend. Ah, ich muss nach der Wave Base. Okay. Du gehst jetzt nach der Wave Base. Ich bin in die Wave gegangen. Wurde's gegangen. Da kann ich move'n. Ah, Miss Fortune ist enttäuscht. Nice, let's go. Ich hau auch einen Kill. Boah, jetzt irgendwas Wichtiges zuerst mal hinter uns, oder schlupst er bei uns. Ja, Junge. Das ist ja richtig geklappt gewesen, die Link gerade. Geil, dass die in die Space gegangen ist, die Miss Fortune dann auch mit reingehintet hat. Bin jetzt super, da gut dabei. Ich werde ein bisschen mehr für die Map spielen, das Game mit Poppy. Pass nur auf, dass ich bei Wavecrash... Oh mein Gott. Dass du rechtzeitig da bist. Wenn du Wavecrash, das ist das einzige Wichtige. Ich komm runter. What the fuck. Boah, der in Lack, Alter. Schade, Mann. Ich bin zu langsam, Kahn. Aber ist egal. Ich hab gebetet. Das ist auch schon der Spaß da unten, wa? Ich hätte da am Tirid bleiben sollen. Alles. Oh, der ist haltsam. Oh, hö. Oh. Wir können schon spielen, der Junge, ne? Ja. Spielen kann er. Aber tilten auch. Toxic. Oh, ich komm. Ey, was ist das für ein Lifestyle? Verprügelt. Lass Drake machen, oder? So, ich hab Full Build jetzt. Und jetzt noch Umbry Glaive für die andere, Poppy. Attacke. Junge, der Schaden vom Cocky. Ah, Hilfe. Er flasht für mich. Ah, toll. Sieht so dumm aus, dass das Item einfach gerade schon 3.300 Damage gemacht hat, weil er da Minion-Damage mit drauf zählt. Da kann man halt auch gar nicht abschätzen, ob das gut oder schlecht ist. Ja. Finde ich. Jo, geil. Ja, ist ein Warwick. Ich hab irgendwie Bock, ich hab Bock, wenige in die Wand zu hauen, Alter. Okay, gut schade. Ach, du meinst in Game? Hm. Hahaha, okay. Mit Hass. Ey, der Arme. Der hat Kinder. Cocky ist so krank broken, glaub ich. Meinst du, ich soll den Elders hier spielen? Hm, ja. Ich kann den bestimmt auch broken machen. Oder ich halt die Win-Rate unten, damit sie den Nischen öffnen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Was, tp? Ach du Scheiße. Ich bin ein Flash. Nein, Junge, ich hab meinen Auto decken müssen. Und die haben ja so Bock auf dich. Oh, du bist es. Hey, what the f***? Das ist Brand. What? Warum geht Poppy Top-Play? Hunde Frage. Oh, der muss nur Mitte runterrennen mit seinem Lead. Hör das doch an. Der ist so gefeedet. Oh, nur tot, ja. Hä? Wir throwen noch. Ich hab' noch, warum er Top gegangen ist. Ob der will zu viel Spaß haben noch mit seinem Feed. Ja, ich glaub' auch. Das ist das Problem aber. Da hast du mal bei solchen Games verliert. War jemand, ne? Ich hab' den Zug zugejukt, Alter. Und wie der mir noch hinterher rennt. Was haben die alle von mir? Junge, mein Name steht der Fäcker oder so. Sollen wir Tab drücken und Top focussen? Nice. Ein weiterer Win. Komm. Rein, oder? Dann hab ich die Fünfer wenigstens wieder ausgeglichen. Die Loose-Strik meinst du?